hallo meine autos abliefern in schnell quatscher und herzlich willkommen zurück zum weiteren lauschig flauschigen wünschen hier bei snow runner ich habe wieder vorbereitet ich habe uns schon mal in unserem low die hierher gebracht mit euch dann zur prüfung des ostoms zu fahren und würde danach mit dem hier ich bin überlegen ob wir das vielleicht schaffen mit unserem low die hier runter dann nachher zu kommen und ein bisschen öl abzuzacken von diesem eine öl ding wo die ölprobe abgeben müssen wir wieder ein bisschen öl hinein kriegen das ist ungefähr so mein gedanke aber der tank auf die als eigentlich recht voll ja hier warten wir mal ab erst mal will ich mich noch was anderes gucken scheibenkleister eigentlich wollte ich nicht so aber gut dann machen wir das jetzt so ich will gucken ob ich hier noch ein bisschen was reinfüllen kann in die anderen beiden fahrzeuge aber es könnte sein dass das ding jetzt alles ready ist und da jetzt nichts mehr nachfüllen kann dann fahren wir zum ostturm und dann schauen wir mal weiter aber wir werden auf jeden fall heute noch mal zwei kleine schöne quests machen das ist auf jeden fall das ziel mein mikrofon das neue ist ruhiger gesagt bestellt leute morgen ankommen und dann bin ich ja mal gespannt und sich das neue mikrofon dann war ob das da von der klangqualität alles ein bisschen besser ist ob das einher geht etc pp hier würde ich gerne den weg mal versuchen es könnte sein dass ich jetzt scheitere bin ich ganz ehrlich denn er sieht schon sehr sperrig aus und dann da hochfahren darüber fahren und dann darunter fahren ich würde wir einfach mal gerne versuchen wenn es nichts wird naja werden kosten würde wir nicht vergessen wir sind mittlerweile schon wirklich arbeit ja also wir stehen mittlerweile bei 84 prozent also noch 16 prozent vom spiel offen vom haupt wie ich weiß wir könnten da dies jenes weitermachen dann noch in den anderen gebieten aber ich würde gerne weiter ziehen dann doch langsam ich habe da schon ich habe zwischen gerade zwischen zwei spielen bin noch überlegen welches man diese beiden ich dann aufnehmen möchte gewährt mich aber dann wieder ein wenig dem ja taktik rpg halt zuwenden nein nach der letzten erweiterung jetzt da schon wieder veröffentlicht wurde mit der taverne war das ist für mich wortelt erst mal passiert es gab so viele möglichkeiten so viele coole sachen und dann haben sie diesmal ist immer so schade wenn sie da doch nicht auf die community eingehen so sehr und deswegen ist wort jetzt dann auch erst mal raus trotzdem für mich ein top spiel mein spiel bleibt da glaube 23 top mein lieblingsspiel gewesen normal und würde ich auch so weiter behalten im moment mal kurz gleich wieder da nun ja dann wollen wir machen natürlich gut dass man pause macht während du gerade versuchst irgendwo hoch zu fahren wo denkst du da so ich habe jetzt irgendwie witzig mit dem spaß und diese das hier ist zum beispiel etwas wo ich sage jetzt finde ich cool wenn du so mit dem low die ho die so diese wege hoch fährst hat schon irgendwas hier könnte es jetzt schwierig werden sagte er fuhr trotzdem dagegen naja so ist er halt ne und wir sind hier schon her gekommen aber auf einem anderen wege ja wie sagt morgen morgen aufnahme dann mit einem mikrofon ich bin auch gespannt wie das ist wie das dann auch ankommt ob das auch gut ist qualität sich dann vielleicht auch noch mal ein bisschen verbessert würde mich ja freuen weil ich habe jetzt mittlerweile mit ist ja trotzdem noch ein kleinerer hall jetzt da drin ja aber wenn wir sehen da bin ich auf jeden fall gespannt drauf und freue mich schon auf jeden fall so ich muss schon ein bisschen darauf achten das kann dann dann ins auge gehen 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 sagt ein bisschen gucken muss man schauen wie man hier fährt ich finde es voll cool gemacht wahrscheinlich gibt es auch ein weg dass ich hätte außen lang fahren können oder sowas wäre bestimmt auch gegangen aber ich muss sagen finde ich jetzt nicht unbedingt bisher schlimm bis ich umkippe wieder wahrscheinlich muss halt natürlich langsam sein also man darf halt auch nicht so schnell durch den job mit dem man gerne wiedergabe verringern den fand ich schon wieder sehr amüsant da muss ich doch herzhaft lachen weil ich mir an dem moment vorgestellt habe wie ihr auf einmal anfangt auf 0,2 facher 0,25 facher geschwindigkeit zu gucken damit man mich versteht was ich sage also nie eigentlich sollte das nicht so sein ich muss schon selber auch ein bisschen an meine aussprache und verständlichkeit geschwindigkeit schon ein bisschen darauf achten so da bin ich schon erledigt einigen umbauten und erweiterungen werden wir den turm wieder nutzen können danke für den einsatz war jetzt ja auch nichts besonderes wenn wir irgendwie hier runter kommen wenn wir hier irgendwie herunterkommen geht das es sieht möglich aber nur weil es möglich aus wie es möglich ist doch ist möglich hat er funktioniert da ups wo ich glaube schon mehrfach die anhängerachse hinten gebrochen wäre oder sowas so wie wir hier herum düsen aber wenn man sich nicht beschweren wird da haben wir schon mal den ersten weg da machen wir jetzt auf jeden fall den anderen tank anhänger und dann muss ich mal wieder gucken was wir denn noch hätten als aufgabe weil wir das auch schon wieder ready haben das andere wird jetzt auch nicht unbedingt schwer sein glaube ich vier spritverbrauch hatten wir jetzt auch nicht gehabt wie gesagt den anderen habe ich ja auch schon vorbereitet habe da auch noch den anderen den anderen links anhänger mich auch noch mitgenommen ja also da war ja noch ein anhänger gewesen für den lolly holly und den habe ich dann auch gleich mitgenommen der steht da sita so genannten stelt und hänger den habe ich dann gleich ein kassieren gedacht nimm mal mit kannst du mit dem brauchen wieso könnt ja bis so machen dass ich das und das folgt nach tanken den wird es nicht mehr ein ballern haben müssen rein ballern so hast du noch platt aus du noch irgendwas hat trotzdem nicht genügend war also erst das hier eigentlich alles war die ölprobe hängt schon wieder eine reparatur anhänger herum finde ich cool so den nehmen wir dann gleich mit und fahren wir dann gleich los wie viel hast du denn da drinnen tankanhänger ist gar nicht so voll wie ich gedacht habe oder können später noch mal ein paar spritdinger nutzen wenn wir den zurückgefahren haben weil er wieder noch mal ein bisschen verbrauch sein und dann passt das schon wo ich weiß den noch mal ganz kurz zurück ich will den einmal wenn wir den jetzt schon da mit dem reparatur anhänger stehen haben das reparieren lassen dann haben wir das auch einmal fertig oder über die gleiche und ziehen wir gleich los genau und dann kannst du machen kannst du operieren die hau die den art sie hast du schon sehr schön dann würde ich sagen anhänger lösen starten und jetzt kommt die ledel in dieser dinge auch schon wieder 1800 liter rum über den schön verschmeißen können über den schön verschmeißen können So, Anhänger ankoppeln. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich stehe hier. Ich könnte den Weg nach da oben nehmen. Oder aber ich fahre... Wie war denn das Kammerstein in Südhoof? Irgendwie da lang, ich überleg mir erstmal lang zu fahren. Ich glaube ich kam da nicht so hoch. Ich muss nur ein Stück rum fahren, ich weiß was, dann kam man ein Stück rum. Ist halt so. Ist halt so, ist halt so. Weil da müsste es eigentlich schon wieder gehen. Da müsste man eigentlich auf die Spur kommen. Wir müssten hier eigentlich auf die Spur kommen. Bum. Und Bum. So. Dann fahren wir aber eigentlich gechillt nach den. Gechillt nach den. Dann... Dann... Dort hin. Dort hin. Dort hin. Darum. Dahin. Und dort hin. So. erledigt also jetzt eigentlich nur noch entspanntes dahin tingeln und dann war es das ja bei dem mikrofon das interessante bei dem ich weiß nicht ob ich erzählt habe habe ich dann die letzte aufnahme schon wieder nicht erinnern ich bin alt beim mikrofon war ich glaube 130 euro kostet das wenn du bist du neu kommst über amazon gab es gerade wieder so gut wie neu wahrscheinlich irgendein produkt wasser wieder zurückgeschickt hatten und da war der geld für 60 euro im angebot war nur noch einer da habe ich mir gesagt okay das war es dann nimmst du es mal mit weil ich wollte mir schon ein ordentliches mikrofon jetzt langsam mal holen weil das was ich habe ist von tono das sind 30 euro oder sowas gekostet weil es auch eine weile eine gute dienst aber langsam würde ich gerne ein bisschen aufsteigen von der möglichkeit auch von der qualität von klang die rezessionen und alles sich mir in mehreren bereichen nicht nur bei amazon und auch woanders durch gelesen habe ist dass der teilweise damit sogar ein musikinstrument aufgenommen haben und das war sehr gut ich habe keine ahnung ob das sinnvoll ist weil das glaube ich ja nur eine mono aber man sich da mehr als gut darüber geäußert ist jetzt kein top ding das wurde auch gesagt weil es ja trotzdem nur 130 in dem sinne aber ich sag mal ich muss jetzt nicht zu viel auch rausgehen und ich finde regulär wenn es 130 wären hätte ich das wahrscheinlich noch nicht gemacht das war jetzt nur weil es wirklich die 60 waren da habe ich mir gedacht okay nimmst du dann wirklich mal und dann habe ich mir jetzt mal ein bisschen neue maus und dann habe ich auch gehabt vor einer weile vor drei monaten oder so und jetzt das neue mikrofon mal eigentlich müsste ich halt den haupt recht aber der ist ja in dem preis segment gerade wo ich jetzt einfach nicht bereit bin geld auszugeben vielleicht wenn es über mal das hobby so ein bisschen was abfluss muss in den spartopf schmeißen kann irgendwann spart man sich so zusammen dann kann man sagen aber einfach zusammen gespart das ist ich pack das mir da rein und fertig ist die katze dann kann ich mir einmal eine investition in den rechner dann machen was das kann ich dann mal sehen jetzt aber erst mal ist es so und bisher komme ich damit auch klar da ich ja auch nicht unbedingt das ziel habe die besten größten der rassisten zu spielen das interessiert mich jetzt ja wirklich nicht meistens sind ja doch schon andere spiele die mich da eher interessieren deswegen dass man mal sehen und dann sind wir wieder hier überlegt mit so einer der jetzt neuen switch control habe ich vielleicht nicht oder das machen ich überleg vielleicht möchte ich das in der nächsten folge ist mal der switch controller ist ein wireless controller nämlich mit meinem lobby verbinde und dann mit dem wir mal spiele ich bin noch ein paar laden also weißt du mal gucken wie das sich dann anfühlt aus der natur ist halt wirklich nicht so also mir macht das spiel spaß und alles und die möglichkeit sind auch cool aber spaß bringt wahrscheinlich wirklich wenn du lenkrad oder vielleicht auch controller hast ich überlege hat wie gesagt wenn wir das einrichte dann und dann werde ich damit mal spielen wäre bestimmt witzig wäre bestimmt witzig guck mal das ist der andere eingang wenn du hast jetzt wirklich überhaupt nicht darauf geachtet wurde hin fährst ich habe jetzt komplett da in die richtung gestartet muss jetzt ganz ehrlich zu gehen das war jetzt totaler fail augen auf auf dem straßenverkehr mein kleiner ja ich habe jetzt leider ein bisschen wenig verbraucht wir werden jetzt ein bisschen spritter wieder wenn ich weiß ich werde wieder ein ding an den kopf bekommen weil ich das mache aber wie ihr auch schon mit angemerkt habe unter anderem ich werde nachher nicht weiter spielen deswegen für mich ist ja dass die letzte karte ich habe eigentlich noch genügend sprit gerade überall herumfahren und ich muss sagen bisher im gegensatz zu michigen funktioniert das alles im gegensatz zu michigen funktioniert das alles ich hatte ich ja schon mehr probleme und hier habe ich aber ich habe immer so viel sprit immer noch rüber ich auch aus alaska den sprit schon mit hatte da steht ja immer noch eine ganze menge dort rum und das nicht gerade ohne so guck mal eine an wir sind gerade mal bei knapp einer viertel stunde meine Damen und Herren und beide quest sind dann gleich schon erledigt beide quest sind dann schon erledigt ach du heilige so dann machen wir hier noch mal wenigstens einmal nachkacken dann geben bei denen nicht ganz so viel ab jetzt bitte nicht schlagen so gute arbeit wir werden die proben analysieren und in erfahrung bringen ob der bohrtum gewinnen abwerfen kann so wir haben das ganze fertig jetzt steht hier eigentlich nur noch wo wir das weg bringen müssen das ist in zum gosch fahrtfinder ist dann müssen wir nach riss fahren und hier den haben wir noch ne ich glaube das ist auch noch hier in dem gebiet oder wir müssen also jetzt eigentlich das sei es den seismographen wiederholen in das vibro seismische modul naja das ist jetzt halt das große problem würde in riss die möglichkeit bestehen ob wir da denn man sieht das halt nicht ne ich weiß nicht wird das ist nicht angezeigt wenn ob hier ein dings ist oder ne das ist ist mir jetzt zu doof was haben wir denn hier eigentlich fünf sachen was können wir hier machen versorgung des feuerwachtroms da müssen wir den scout tankerflieger hochbringen kraftstoff nachfüllen dann müssen wir kraftstoff dreimal dahin bringen und schiffswrack also das problem ist der der holzaufbau der bringt uns jetzt gerade in teufels küche das einzige was wir jetzt wirklich gucken könnten wäre wenn wir das hier versuchen das könnten wir noch reinpacken jetzt und den rest müsste ich wieder zwischen den folgen halt bappen weil wir dann dann zurückfahren würden und ne so in dem dreh warte mal wieso da drüben ja stimmt warte mal dann packen wir mal den da da so ok dann versuchen wir mal jetzt hinzufahren und dann machen wir da vielleicht diesen Wettkampf mal ganz fix ganz fix haha ihr wisst was ich meine ist einfach den wettkampf da noch angehen drei minuten 20 ich weiß nicht ob bei denen dann so schnell irgendwie ich das gerne hätte war schon ein stück kann ich den direkt dann schon anliegen oder muss ich den dann wird er dann durch z das ist jetzt diese frage die ich gleich haben werde es ist gleich die große große frage ja sich die frage der frage der frage der frage ich hoffe dass heute das mit der qualität alles so funktioniert dass dann auch das nicht so laut ist dass man mich trotzdem gut hört und dass das spiel aber auch nicht zu laut ist oder was man nicht deutlich versteht das ist für mich ja also wo ich ein bisschen darauf achten möchte wer übrigens am 22 august ist mein dreijähriges auf youtube haben wir letztlich meine frau und ich letztens herausgefunden denn am 22 8 war mein allererstes wie das war damals noch elix 1 mit der mieses also meine qualität war damals richtig habe ich schlecht noch gewesen am anfang ist es herausfinden musste ruckler und wie sprachausgabe nicht so und so weiter und so fort und auch sofort von der art wie ich da geredet habe und so war noch man merkt komplett noch neu und ja genau am 226 bin ich dann drei jahre hier und in drei jahren muss ich sagen ich bin jetzt nicht gerade viel gewachsen auf dem kanal aber ich muss auch sagen ich bin einfach in vielen bereichen nicht so hinterher wie es sein sollte damit der kanal sich recht schnell vergrößern könnte diplomatisch ausgesprochen richtig müsste eigentlich wesentlich mehr werbung machen hat schon woanders etc pp aber entweder der wächst oder er wächst nicht mir macht es trotzdem spaß jetzt weiß ich da mal nicht gar nicht den vorab nehmen oder muss ich den heran nehmen da haben wir die schreckkisten wenn wir ja gleich sehen ob ich den heran packen kann wir fahren dann warte mal warte mal warte mal versorgung da wir fahren dann nicht hier raus darum 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 meine bergungswerkstatt steht uns nichts weiter genau und dann müssen wir hier hoch da hoch da hoch dahin da sind drei minuten 20 so warte mal ich habe das falsche ding gewählt schiffs fragt wieso lieferung warte mal die dummheit wurde der bestraft echte dummheit wurde wieder ich habe ich war noch dabei mir so sehr an den kopf zu fassen und du hast noch nicht an diesem wettkampf teilgenommen drei minuten 20 was war mir so klar es war wieder so klar und schon 25 sekunden verbraucht weil ich so langsam bin weil man ist ja auch dann erstmal voll gelähmt weißt du wie jetzt warum wieso weshalb wenn ich frage bleibt dumm der mehr spannend wie gut wir das hinkriegen und ich muss leider jetzt ein bisschen versuchen auf geschwindigkeit zu setzen so eine minute noch wir sind bei einer minute drei minuten 20 haben wir noch zwei minuten knapp wir müssen jetzt da hoch so 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 könnte falsch sein aber man kann es ja mal versuchen hey und noch ein gold pokal mitgenommen ja also ähm hallo also stehgreif eine quest für uns wird eine quest auf gold gemacht ja also kann man ja schon mal zählen bin ich der meinung so so ach sehr schön okay dann würde ich es so machen da ich jetzt schon fertig bin mit den sachen es würde es ist jetzt gerade nichts da was sinn macht gerade ich muss zu viel hin und her babbeln ähm ich würde ich würde ich würde ich würde ich könnte mit dem schon den darunter also ich werde es in der nächsten folge machen dass ich den dahin stelle für den kraftstoff vollführen ähm ähm mach mal in der nächsten folge ganz in ruhe ich will nichts quetschen weil das wäre jetzt wieder aufs teufel komm raus und lieber gehe ich ruhig und gesittet noch mal da dran als das jetzt mich komplett zu zerhunzen und nachdem guck mal wir haben noch mal ein prozent geschafft im gesamten wir sind schon wieder ins ziel näher 51 prozent im timir 85 hier äh wir haben jetzt schon wieder weniger missionen also wir haben jetzt nicht mal mehr 40 missionen die wir machen müssen klappt schon klappt schon und dann die machen wir dann auf jeden fall der nächsten folge in der nächsten folge werden wir auf jeden fall die beiden wettkämpfe machen und dann wahrscheinlich wenn noch zeit bleibt das mit den oder wir machen die seismische modul machen dass wir die quest machen die quest machen und dann geht es glaube ich langsam rüber müssen wir mal gucken halt ne was hier dann noch alles dann da ist das ist zum beispiel nach zimgorsch biologische forschung ist auch scheinbar geoforschung alter bohrplatz das ist hier genau also sprich könnte man den nächsten noch den den und den noch machen lieferung zum alten bohrplatz das wäre noch alles dann möglich gucken wir mal aber für heute war es erstmal ich bedanke mich fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen falls es euch gefallen hat bitte gerne mal einen daumen nach oben da lassen kommis immer was feines und über ein abo freue ich mich natürlich auch immer sehr ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten folge dann wie gesagt wir werden wahrscheinlich erstmal das mit dem seismographen machen dass wir die quest erledigen die restlichen fahrzeuge stehen dann aber schon da sodass wir danach auf jeden fall dann die ähm wettbewerber machen dass wir dieses gebiet hier auch wieder abschließen und ins nächste gebiet rüber gehen da bin ich aber noch runden schilos sind ob ich riss oder zimne gorsch gehe könnt ihr mir mal reinschreiben was sinnvoller ist riss oder zimne gorsch wo es jetzt mal sinnvoller ist hinzugehen um da abzuarbeiten kommt zeit kann gerade ihr kennt das ja und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen tag abend oder morgen je nachdem wann ich die folge angeschaut habt und alles erdenklich gute bis dahin tschuus